So von hier aus starten wir unsere Wandertour. Guck hier hin. Setz die Sonnenbrille auf. Der Ausgangspunkt unserer Wanderung ist hier tatsächlich der Bahnhof in Perl. Das ist auch sehr praktisch, weil wir dann unser Auto recht gut zurück verfolgen können. So für den Einstieg in Moselstieg haben wir mit Heidis fantastische Navigation drei Kilometer Anlaufweg gebraucht. Das ist hier das Dreiländereck. Deutschland, Frankreich, Luxemburg mit der Kleinstadt Schengen. Es ist nicht ganz klar, was da von Schengen ist. Ich vermute das, was da am Horizont ist. Was du uns hier zumutest. So, unterhalb liegt jetzt Perl, der Ausgangspunkt unserer Wandertour. Und die Brücke da geht rüber nach Luxemburg. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, als wenn der Moselstieg ausschließlich durch Wanderwege durch die Weinberge hat. Es gibt durchaus auch, wie jetzt, solche Abschnitte durch Wälder. Auch schön. Auch schön, ne? So, wir haben jetzt einmal die Autobahn unterqueren müssen. Und jetzt geht's einfach weiter. So, wir sind jetzt hier in so einem kleinen saarländischen Dörfchen. Wochen. 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 Ja, typisch saarländisch. So, dieses Hotel ist das Vornehmste auf unserer ganzen Tour. Liegt so ein bisschen abseits von unserem normalen Wandertour. Ist aber alles auch sehr schön da. Bis zum nächsten Mal. Nacht. Nacht. Vielen Dank.